Hüftstrecken am Boden, konzentrierte. Ein Bein vom Boden abheben und komplett strecken, sodass sich eine horizontale Linie bildet. Das Bein um ca. 30 oder 40 Grad anheben und gleichzeitig die Gesäßmuskeln anspannen. In die Ausgangsposition zurückkehren, das Bein bildet mit dem Becken eine horizontale Linie. Das Bein bildet mit dem Bein.